Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe eine Haftpflichtversicherung bei Ihnen und möchte einen Schaden melden. Gestern war ich bei Bekannten zu Besuch. Zuerst haben wir Kaffee getrunken, danach habe ich geholfen, den Tisch abzuräumen. Ich habe das Geschirr in die Küche getragen und dabei nicht gut gesehen. Da bin ich an eine Vase gestoßen, die Vase ist runtergefallen und war kaputt. Jetzt habe ich eine neue Vase gekauft. Was muss ich jetzt machen? Kann ich Ihnen die Rechnung für die Vase schicken? Geben Sie mir bitte schnell Bescheid. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Osman Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe eine Haftpflichtversicherung bei Ihnen und möchte einen Schaden melden. Gestern war ich bei Bekannten zu Besuch. Zuerst haben wir Kaffee getrunken, danach habe ich geholfen, den Tisch abzuräumen. Ich habe das Geschirr in die Küche getragen und dabei nicht gut gesehen. Da bin ich an eine Vase gestoßen, die Vase ist runtergefallen und war kaputt. Jetzt habe ich eine neue Vase gekauft. Punkt was muss ich jetzt machen? Kann ich Ihnen die Rechnung für die Vase schicken? Geben Sie mir bitte schnell Bescheid. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Osman Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe eine Haftpflichtversicherung bei Ihnen und möchte einen Schaden melden. Gestern war ich bei Bekannten zu Besuch. Zuerst haben wir Kaffee getrunken, danach habe ich geholfen, den Tisch abzuräumen. Ich habe das Geschirr in die Küche getragen und dabei nicht gut gesehen. Da bin ich an eine Vase gestoßen, die Vase ist runtergefallen und war kaputt. Jetzt habe ich eine neue Vase gekauft. Punkt was muss ich jetzt machen? Kann ich Ihnen die Rechnung für die Vase schicken? Geben Sie mir bitte schnell Bescheid. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Osman Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe eine Haftpflichtversicherung bei Ihnen und möchte einen Schaden melden. Gestern war ich bei Bekannten zu Besuch. Zuerst haben wir Kaffee getrunken, danach habe ich geholfen, den Tisch abzuräumen. Ich habe das Geschirr in die Küche getragen und dabei nicht gut gesehen. Da bin ich an eine Vase gestoßen, die Vase ist runtergefallen und war kaputt. Jetzt habe ich eine neue Vase gekauft. Punkt was muss ich jetzt machen? Kann ich Ihnen die Rechnung für die Vase schicken? Geben Sie mir bitte schnell Bescheid. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Osman Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe eine Haftpflichtversicherung bei Ihnen und möchte einen Schaden melden. Gestern war ich bei Bekannten zu Besuch. Zuerst haben wir Kaffee getrunken, danach habe ich geholfen, den Tisch abzuräumen. Ich habe das Geschirr in die Küche getragen und dabei nicht gut gesehen. Da bin ich an eine Vase gestoßen, die Vase ist runtergefallen und war kaputt. Jetzt habe ich eine neue Vase gekauft. Punkt was muss ich jetzt machen? Kann ich Ihnen die Rechnung für die Vase schicken? Geben Sie mir bitte schnell Bescheid. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Osman Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Haftpflichtversicherung bei Ihnen und möchte einen Schaden melden. Punkt gestern war ich bei Bekannten zu Besuch. Zuerst haben wir Kaffee getrunken, danach habe ich geholfen, den Tisch abzuräumen. Ich habe das Geschirr in die Küche getragen und dabei nicht gut gesehen. Da bin ich an eine Vase gestoßen, die Vase ist runtergefallen und war kaputt. Jetzt habe ich eine neue Vase gekauft. Punkt was muss ich jetzt machen? Kann ich Ihnen die Rechnung für die Vase schicken? Geben Sie mir bitte schnell Bescheid. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Osman Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Haftpflichtversicherung bei Ihnen und möchte einen Schaden melden. Punkt gestern war ich bei Bekannten zu Besuch. Zuerst haben wir Kaffee getrunken, danach habe ich geholfen, den Tisch abzuräumen. Ich habe das Geschirr in die Küche getragen und dabei nicht gut gesehen. Da bin ich an eine Vase gestoßen, die Vase ist runtergefallen und war kaputt. Jetzt habe ich eine neue Vase gekauft. Punkt was muss ich jetzt machen? Kann ich Ihnen die Rechnung für die Vase schicken? Geben Sie mir bitte schnell Bescheid. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Osman Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Haftpflichtversicherung bei Ihnen und möchte einen Schaden melden. Gestern war ich bei Bekannten zu Besuch. Zuerst haben wir Kaffee getrunken, danach habe ich geholfen, den Tisch abzuräumen. Ich habe das Geschirr in die Küche getragen und dabei nicht gut gesehen. Da bin ich an eine Vase gestoßen, die Vase ist runtergefallen und war kaputt. Jetzt habe ich eine neue Vase gekauft. Punkt was muss ich jetzt machen? Kann ich Ihnen die Rechnung für die Vase schicken? Geben Sie mir bitte schnell Bescheid. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Osman Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Haftpflichtversicherung bei Ihnen und möchte einen Schaden melden. Punkt gestern war ich bei Bekannten zu Besuch. Zuerst haben wir Kaffee getrunken, danach habe ich geholfen, den Tisch abzuräumen. Ich habe das Geschirr in die Küche getragen und dabei nicht gut gesehen. Da bin ich an eine Vase gestoßen, die Vase ist runtergefallen und war kaputt. Jetzt habe ich eine neue Vase gekauft. Punkt was muss ich jetzt machen? Kann ich Ihnen die Rechnung für die Vase schicken? Geben Sie mir bitte schnell Bescheid. Mit freundlichen Grüßen Bilal Osman